Diesmal weiß ich ja, dass da diese Moa-Monster kommen. Kann ich nicht. Okay. Ups. Schauen wir mal, dass wir gewappnet sind. Ist ja fies, ne? Ich hab die wirklich nicht kommen sehen. Ach, Gerald, jetzt mach doch mal nicht hier so ein Gehüpfe. Rein da mit dir. So, geht doch. So, und wo bitteschön kam die jetzt? Das fiese Gesocks. Kommen die jetzt nicht nochmal? Jetzt hab ich echt Angst. Kommen die jetzt oder kommen die nicht nochmal? Ah, ich wusste, sie kommt nochmal. Hörst euch. Wieso? Wieso ist denn das so fies? Ich meine... Ah, da ist ja noch einer. Ich hab die doch... Warum sehe ich die denn vorher nicht? Keine gute Idee. Geh aus dem Wasser raus. Los jetzt. Oh, sind die schnell. Oh, wie ich sowas hasse. Alter, Lachs. Okay, wenn sie mir direkt vor's Messer laufen... Und manche sterben schnell und manche nicht so. Au, au. 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 Gott, ey. Kein Wunder, dass ich eben gestorben bin. Ist ja grauenvoll. Wie geht? Monster Speichel. Wer will denn sowas? Monster Auge. Kriege ich jetzt einen Schatz? Was ist das? Blutgeschmierte Notiz. Erinnerung. Für mich selbst. Kleine Insel mit Ruin oder einer Brücke aus roten Ziegeln. Das ist der Ort. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Drohe zu sehen. Naja, hier. Aber da ist ja nichts drin. Und die da? Das ist, glaube ich, keine Truhe. Ich hab doch die Truhe schon. Ah, ich hab die Truhe schon. Ja, nee, wirklich jetzt. Guck mal da oben auf meiner Minikarte. Wobei, nee. Drehst du dich jetzt mal? Danke. Danke. Nee. Da. Ist ja noch eine Truhe, oder? Weil, wisst ihr noch, im letzten Let's Play, da war da draußen eine kleine Truhe. Und die hab ich ja auch schon geöffnet gehabt. Nun gut. Jetzt hab ich's aber, glaube ich. Und wir sind um etliche Gehirne reicher. So schön. Hui. Boah, wie ich mich erschreckt hab eben, ey. Wirklich. Wir müssen dann auch mal irgendwie was essen. Wartet. Trank. Ja, nehm ich. Ausrüsten. Komm mal da hin. Okay. Da ist so furchtbar viel gebracht. Hab ich nicht noch was? Nee, schon wieder alles aufgemampft. Das kann ich jetzt nicht tun. Frechheit. Schön, ne? Guckt euch mal den Himmel an. Das ist jetzt erst. Oh, toll. Bisschen aus wie Schweden. Um. Okay. Tja, ich hatte irgendwie gedacht, es ist ein bisschen näher. Aber ich will mich nicht beklagen, ich liebe Bootfahren. Es ist echt schön. Oh, was ist denn da unter mir? Okay, ich will es gar nicht wissen. Wir fahren einfach weiter. Schneller. Das ist mega toll. Das ist mega toll. Kann ich so eins essen? Kann ich so eins essen? Was ist das? Lebkuchen. Was? Was? Anscheinend habe ich es gefunden. Folge dem süßen Pfad. Oder was? Da ist was süßes. Mega. Aber ich habe gar kein Kind dabei. Das ist doof, ne? Ich hätte doch eins mitbringen sollen. Was? 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 Aber echt. Das ist aber nicht nett. Wir sind mit Gran. Aber woher ihr alle gekommen seid? Wir sind Orfans. Alle von euch? Es gibt Krieg. Also es gibt Orfans. Ich wusste das nicht. Ich schaue die Wäsche von Crookbeck. Du siehst du wie eine Wäsche selbst. Wäsche? Von der Böcke? Wir können nicht in der Böcke gehen. Wir können uns nicht. Wenn mein Bruder Zemmack ging, Gran sagte es, weil er in die Wäsche kam in die Wäsche kam. Gran sagte es, weil er in die Wäsche kam in die Wäsche kam. Eine junge Frau kam in die Wäsche kam in die Wäsche. Sie hat Aschen hair und eine Wäsche auf sie. Sie sieht jemanden wie das? Es gibt keine Lassie hier. Was bin ich? Du bist kein Lassie. Lassie hat Tetz. Sie viele Lassie lieb. Sie liebte zu Ende. Sie liebte Händelchen. Sie müssen in den Waldroden eingezien. Sie liebte die Soldaten mit ihren Hühlen. Sie liebte die Böcke. Sie liebte. Sie liebte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Person hier ist nur Kinder. Meine Kinder. Sie sind die Kinder. Aber wer ist das? Wearing swords wie ein Bandit? Wer ist das? Wer ist Jani? Jani, Jani hat ein Kat. Come in die Morgen, ein Furry-Shat. Was ist das? Was ist das? Sie erzählen tales und tales. Noth but tales. Are you one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me now. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with Scratchins for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mommy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. You're betrothed. Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. A bit of help, please. A young, ashen haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly. Ugly word. What are you saying? To the horse. You'll stand in the corner. I'll make sure you do. You. Be gone. Be gone. Hm. Freundlich. Bisschen durchgeknallt. Wie soll's. Nervig. Tja, no. Wie soll's. So. You. Hier, wie soll's. Be gone. So. 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 Ich kann nicht in hier kommen, nicht in hier kommen. Ich möchte nur mit dem Mann sprechen. Nicht in den Lachen! Das ist nicht in den Lachen! Er wird nicht mit dir sprechen. Granden nicht mag dich. Und Johnny ist mitgebracht. Und Stranger Steel, Kinder. Ich habe nur eine Frage für dich. Keine Frage. Du bist ein Arschlager. Du kannst nicht mit den Arschlager sprechen. Wir können nicht essen essen. Wir haben einen Arschlager. Du hörst? Er sagt, dass er dich schützt. Verhörst du meine Kinder. Warum willst du über Johnny sprechen? Warum willst du nicht über Johnny sprechen? Ein von dir kennt ihn. Die anderen muss auch. Es ist nur ihm, die Freunde mit Johnny sind. Sie holen mushrooms. Und holen snails. Aber Granden sagt, Johnny ist mitgebracht. Hast du einen von dir gesehen Johnny? Natürlich. Er sieht einfach wie ihn. Er sagt, dass er so ist. Granden sagt so. Und Granden kennt viel. Ihr Granden schützt dich richtig? Sie schützt dich nicht? Sie schützt dich nicht? Nein. Wenn wir schlecht sind, sie schützt. Sie schützt. Sie schützt. Sie sagen, dass die Arschlager uns beherrscht. Und wir schützt werden. Der Mann, der mit Johnny spielt. Er muss nicht schützt sein. Er ist nicht schützt. Er ist einfach schützt. Er schützt sich auf eine Anheil. Aber ja. Er spielt mit Johnny. Er hört sich nicht an Granden und geht in den Wald. Und dann hat er eine Zeit. Und er hat eine Zeit. Und er hat eine Snails. Ja. Er ist Elke. Der Mann, das ich erwähne habe, ist gefährlich. Du musst du mich auf meine Großartigeiosa Firma gehst. Damit ich mit Johnny sprechen kann. Alles gut! Aber du musst für uns mit uns machen. Du musst immer mit weinen sehen. Deine Ahnung. Die Großartige sagen. Du musst die Schwarten wiederholzen. Johnny he thinks he'll find is easy means he's never hid from the black ones no looking and you have to count out loud all your fingers toes too one two three 18 19 20 ready or not it's a begeisterung sehr schön Und sie nicht hoch. Und sie nicht hoch. Hä? Da Das hat auch ganz gut gemacht, dass die Spuren nicht sofort kommen, ne? Ja. Das kann ich jetzt also nicht tun, warum nicht? Ja. 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 Das ist irgendwie ein anderer, ne? Wasser, was? Wasser, Weib. Oder Zwerg, oder was? Wasser, Weib. Wieso bin ich denn schon wieder so schlapp? Ist doch gar nicht, dass ich immer so am Verhungern bin. Nichts zu essen geklaut? Nicht zu fassen. Viele von euch gibt's hier, ey. Ich sag mal, die ist aber auch schlecht drauf. Ach, nö. Jetzt hört er auf. Mensch, ey, wegen so einem Wasserweibchen. Ich fass es nicht. Die sah auch echt so ein bisschen fies aus. Wie so ein Gemeind. Ach, ja. Ja. So. Zeit für meine... er ist auch einfach gerne nackt hier entschuldigung ich hab so ein kumpel musiker und irgendwie ist ja immer nackt auf sein album kappern bisschen witzig ok auf ein neues ja 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 Oh, da gibt's ja überall welche. Ist ja all. Gut, ich werd sie wohl irgendwie besiegen müssen, dann wird's ja nix. Oh, da gibt's. Oh ne, jetzt sollen nicht alle auf die Kleinen. Oh, da gibt's ja überall welche. Wie viele kommen denn da noch? Oh, da gibt's ja überall welche. Ja, wir sehen schon wieder so halbtot aus, wa? Ja. Ja. Was mach ich denn, ey? Nee, falscher Knopf. Ja, genau. Achso, ich muss sie tatsächlich erst umbringen, bevor ich was anderes machen kann und verstehe. Ja. 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 Na Gott sei dank. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich mich nicht mal eben hier so regenerieren kann. Ja, das würde ja schon reichen. Oh, nee. Da hätte ich mir auch eigentlich denken können, dass da noch mehr kommen. Wie gemein, dass ich auch nicht immer alle sehe durch die Hexersinne, ne? Manchmal sieht man sie und manchmal nicht. Jetzt lauf ich hier im Kreis, oder was? Ja, ich bin mal gespannt. Ach, du Schande. Ja, ich bin ein Bucca. Ein Luton? Was bist du mit dir? Ah, ein Gottling. Nicht viele von euch haben noch geblieben. Ich schaue für eine Frau mit ashen Haar. Siehst du sie? Sag mir alles, aus dem Anfang. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig für mich. Warum nicht? Da kann ich sprechen. Was ist falsch? Du kannst nicht sprechen? Er ist okay. Das ist ja Fies. Kann ich dir helfen? Na dann. So, tja, so ist das Leben. Meine Uhr ist abgelaufen. Ich werde jetzt hier speichern müssen. Und dann hole ich euch im nächsten Let's Play genau hier wieder ab. Ich freue mich auf euch. Bis dann.